Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie und die drei Karten für die kommende Woche sind wieder ganz besonders toll. Wie ich es jede Woche sage. Es ist so, dass die erste Karte von Belohnung spricht. Da ist der Schutzengel da und da geht es wirklich darum, dass wir bei aller Anstrengungen, die wir haben, so in unserem Alltag und letzten Endes bei all dem, was wir so leisten, Dinge, die uns bewusst sind, Dinge, die uns aber auch nicht bewusst sind, sagt die geistige Welt jetzt, ist es so, dass man sich das eine oder andere Mal auf jeden Fall mal belohnen soll für alles Mögliche, was man so leistet, was man so letzten Endes zu absolvieren hat für die Pflichten, die man so hat und die absolviert beziehungsweise die umsetzt, beziehungsweise einfach wirklich alles Mögliche im Alltag zu erledigen hat. Und da, sagen Sie, ist das Thema Belohnung ganz wichtig, dass wir da so ein bisschen Pause machen, dass wir auf jeden Fall uns Sachen gönnen, die wir uns schon länger vielleicht wünschen, aber immer versagt haben im Prinzip, weil wir sagen, ha, habe ich keine Zeit für, wie auch immer, muss erst mal, erst kommt die Pflicht, dann sozusagen das Vergnügen. Da wollen Sie auf jeden Fall euch darauf aufmerksam machen. Vergnügen ist eigentlich die wichtigere Sache, denn wenn ihr euch wirklich vergnügt, wenn ihr euch belohnt, wenn ihr euch Gutes tut, wenn ihr Sachen mal Vorrang gebt, die ihr normalerweise hinter, irgendwo hinter den Ofen schiebt, weil ihr sagt, naja, ich muss erst mal das Wichtigere machen, dann ist es so, dass ihr letzten Endes wirklich eure Schwingungsfrequenz nicht wirklich auf Top-Niveau halten könnt, weil immer, wenn ich Dinge tue oder wenn ihr in dem Fall Dinge tut, die euch keinen Spaß machen oder das im Übermaß Pflichten erledigt, die euch jetzt nicht sonderlich Spaß machen und das Wort Pflicht impliziert ja so ein bisschen Dinge, die einem nicht wirklich so wahnsinnig doll von der Hand gehen, wo man sagt, muss ich halt jetzt machen, weil, ja, dann ist es so, dass einfach, wie gesagt, unsere Schwingungsfrequenz nicht da unbedingt gehalten wird, wo wir sie gerne hätten, da arbeiten wir, wursteln wir uns halt dann durch und dann kommt eins zum anderen und wenn ich meinen Fokus auf Pflichten habe und auf Dingen, die ich eigentlich nicht so gern tue, ziehe ich die nächsten Pflichten in mein Leben, ja, dann wird das ganz gern mal so ein bisschen ein Riesenberg anpflichten und dann werden die Sachen, die wir gerne tun, noch mehr hinter den Ofen geschoben, ja, ja, noch mehr verschoben, noch mehr vertragt auf den Sankt-Nimmerleins-Tag manchmal, ja, also sie sagen, es ist so wichtig zu verstehen, dass die Dinge, die uns Spaß machen, die Dinge, die wir uns gönnen, können Dinge sein, wie gesagt, die wir uns schon lange wünschen, irgendwelche Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, es muss jetzt kein Vermögen kosten, logischerweise, sondern im Prinzip wirklich Belohnungen, wo ihr sagt, au ja, da habe ich jetzt total lustig, lass mir jetzt mal eine Gesichtsbehandlung geben für die Damen unter euch oder ich gönne mir jetzt mal irgendwie einen tollen Tag in den Bergen oder was auch immer, ja. Seht das bitte wirklich als ganz, ganz, ganz wichtiges, als wichtige Komponente dafür, dass ihr euch mit eurer Schwingung oben halten könnt, euch zu belohnen. Wirklich wichtig, teilweise wichtiger als die Pflichten, ihr Lieben, weil wenn ihr euch nicht belohnt und immer noch Pflichten habt, wie gesagt, dann werden die Pflichten immer mehr und ihr tut sie immer ungerner sozusagen und dann ist die Frustration immer größer und die Überforderung immer größer etc. etc. Ich muss es nicht weiter spinnen, das Ganze, sondern im Prinzip die Belohnung, lange Rede, aber kurzer Sinn, ist wichtig für eure Schwingungsfrequenz. Ja, bitte seht das, ganz, ganz wichtig, dann gehen auch die Pflichten wieder viel, viel leichter von der Hand. Ihr werdet wieder effizienter, es dauert alles nicht so lange, euch werden Dinge auch abgenommen etc. Wo eure Schwingung ist, seid auch ihr mit dem, was ihr anzieht, ja. Ganz wichtig für die Woche, soll ich sagen. Die nächste Karte heißt ein Schritt nach dem anderen und soll bedeuten, dass viele kleine Schritte große Träume wahr werden lassen. Wenn ihr euch Dinge vorgenommen habt und die sind vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Riesenberg an, oh Gott, wie soll ich das nur hinbekommen und wie komme ich denn da hin und das dauert ja ewig oder das ist ein Riesenberg an, wie auch immer, Dingen, die da vorher passieren müssen, bis ich an mein Ziel komme. Dann sagt euch, dass jeder kleine Schritt wirklich euch zu eurem Ziel bringt und jeder kleine Schritt, in Anlehnung an die erste Karte, ihr Lieben, soll wieder Spaß machen, ja. Holt euch bitte die geistige Welt zu jedem Schritt dazu, plant mit der geistigen Welt, nehmt die geistige Welt mit rein, integriert die geistige Welt in eure Planung, in die Umsetzung, in Hilfestellungen, die ihr aus der geistigen Welt bekommen könnt, wenn ihr die geistige Welt mit integriert und wirklich auch fragt und bittet um Hilfe, ja. Dann lasst euch mal schön überraschen, ihr Lieben, was die geistige Welt da alles an Hilfestellungen auspackt, ja. Und an Unterstützung. Verlasst euch mehr drauf. Gönnt euch, wie gesagt, ganz viel schöne Zeit mit Belohnungen und mit tollen Momenten. Dann gehen wirklich alle Schritte so viel leichter. Und die dritte Karte deutet darauf hin, dass ihr jetzt wieder mehr Zugang zu euch selbst habt in der nächsten Zeit. Erwachen des Wahren Selbst heißt die Karte. Und da geht es eben darum, dass man sich ganz gerne mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anderen Leuten angepasst hat in der einen oder anderen Hinsicht. Und weil man wollte gefallen und man wollte letzten Endes, oder man möchte letzten Endes, ja, angenommen werden. Man möchte letzten Endes, ja, wirklich so in schönster, wie auch immer, Form gesehen werden und akzeptiert werden. Und da neigt man das eine oder andere Mal so ein bisschen dazu, dass man Dinge tut, die einem selbst eigentlich gar nicht entsprechen. Die setzt man sich dann selber auf, sprich, das ist immer der Klassiker, man agiert hinter einer Maske und versucht irgendwie Superwoman oder Superman zu sein und ganz toll und sich da anzupassen. Letzten Endes merkt man aber dann, dass man das eigentlich gar nicht so durchhalten kann, weil man letzten Endes da sich so verbogen hat und so angepasst hat an einen anderen Lebensstil, an einen anderen Menschen, an, ja, wie auch immer, Anforderungen anderer Leute, dass man sich selber vergessen hat. Und letzten Endes dann, wenn man das lang genug betrieben hat, gar nicht mehr weiß, wer man selbst eigentlich ist. Ja, guckt wirklich mal, was ihr da ausgrabt, wenn ihr euch immer wieder befragt, was will ich denn? Möchte ich das wirklich, was ich da gerade tue? Ist das wirklich mein Lifestyle? Ist das wirklich das, was ich bin? Ist das wirklich das, was sich toll anfühlt für mich? Bitte fragt euch. Ja, und kommt mehr wieder bei euch an. Wenn ihr euch ganz ehrlich befragt und euch ehrliche Antworten gebt und meditiert und euch aus eurem Inneren, von eurer inneren Führung führen lasst, dann wird euch klar, was ihr seid und was ihr nicht seid. Was ihr braucht und was ihr nicht braucht. Ja, was ihr wirklich leben wollt und was ihr nicht leben wollt. Und dann setzt ein Schritt nach dem anderen um, das Leben zu führen, das ihr führen wollt. Ohne euch schlecht zu fühlen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder, ja, wie auch immer, euch abgelehnt zu fühlen oder Angst vor Ablehnung zu haben, nur weil ihr euch selbst lebt. Ja, das soll ich euch jetzt mitgeben für die kommende Woche. Ich wünsche euch super viel Spaß bei der Belohnung. Ich wünsche euch ganz super viel Spaß bei eurer Findung, eurer Selbst und eurer Bedürfnisse. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Und dann freue ich mich natürlich auch wieder auf euch und nächste Woche. Tschüss.